Hallo, mein Name ist Gerhard Budi. Ich bin der Veranstalter des Triathlon Ingolstadt, den ich mittlerweile seit über 13 Jahren ausrichte. Letztes Jahr müssten wir die Veranstaltung ja coronabedingt absagen, aber wir geben Gas auf ein neues. Mit dem Ziel, den Triathlon zukünftig in die Innenstadt zu bringen und die Begeisterung für die Bevölkerung und die Athleten dazu anzufeuern. In dem Zusammenhang möchte ich mich nochmal beim Oberbürgermeister bedanken, der unsere Veranstaltung ja vor zwei Jahren als ein Volksfest für die Stadt bezeichnet hat und ich freue mich, dass ich in dem Projekt Neugestaltung der Innenstadt ein Teil sein darf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.